Für Immobilienkäufer gibt es jetzt Entlastung von zwei Seiten. Ich bin Collier Sass, ich bin Geschäftsführer der Bestens Beraten GmbH. Wir sind spezialisiert auf Immobilienfinanzierung. Ich habe von uns gelesen, in der Welt Entlastung für Immobilienkäufer von zwei Seiten. Die Bauzinsen fallen unter eine magische Marke und gleichzeitig sind die Immobilienpreise niedrig beziehungsweise fallen auch noch etwas. Das bedeutet, Sie können gegenüber den Angebotspreisen, die Sie aktuell im Markt sehen, häufig noch gute Schnäppchen aushandeln, indem Sie nochmal den Kaufpreis verhandeln. Da ist in der Regel etwas Luft drin. Bei den meisten unserer Darlehensnehmer kann ich berichten, dass Sie ganz gut verhandeln konnten. Im Bereich so zwischen 5 und 10 Prozent ist bei vielen Immobilienkäufen möglich. Und gleichzeitig haben wir in den besten Konstellationen mittlerweile die 2 vor dem Komma für 10 Jahre Zinsbindung. Das ist diese magische Marke. Alles unter 3 oder rund um die 3. Ab da lohnt es sich für sehr, sehr viele wieder in die Immobilie zu investieren.